Ich fordere dich auf, der Welt zu zeigen, was dich einzigartig macht. Ich mach doch schon ein Spiel über dich. Was denn noch? Wir suchen den Social Media Star von morgen. Wow, jetzt soll ich direkt noch ein Game fürs ganze 916 Haus machen? Gar kein Bock. Moment, die Top 4 kann gratis nach Ibiza? Ich, Nadine, Fabian und die ganzen anderen haben auch Namen. Am Strand unter Palmen? Da seh ich mich. Äh, Herrnwald, was machst du da? 916 Star, also, alles klar. Wenn ihr wollt, dass ich ein Spiel über das Haus mache, könnt ihr euch jetzt bei mir bewerben, indem ihr mich in die Top 30 lasst.